Kapitel 40 Familie Malfoy Lucius Malfoy fritt aus dem Kamin. Er stand mit wutverzerrtem Gesicht und einem gefährlichen Glänzen in den Augen in seinem Arbeitszimmer. Sein Sohn und ein Schlammblut, das konnte nicht sein. Er hatte seinen Sohn doch immer so erzogen, dass er sich von dem unreiferen Gesindel ganz vorne der beiden Schlammblütern fernhalten sollte. Wenn er Draco in die Finger bekommen würde, würde er sein blaues Wunder erleben und nicht nur mit einem blauen Auge, einer gebrochenen Nase und einem gewissen Zeichen auf dem linken Unterarm davonkommen. Das schwor er sich. Er schlug mit seiner Faust auf den Tisch. Mit einem lauten Klirren fiel das Weinglas, welches er kurz vor seinem Besuch bei Dumbledore halbgeleert hatte, vom Tisch und zerbrach, wobei sich der teure Elfenwein über den Boden ergoss. Nicht mal zehn Sekunden später wurde die Tür aufgerissen und eine vor Wut schäumende Narcissa stand in der Tür. Das ist doch wohl die Höhe, Lucius! Er ist dein Sohn! Du kannst sie nicht einfach so zurichten, der arme Junge, und das alles nur wegen dieser mogelstämmigen Freundin. Außerdem habe ich nur Gutes über sie gehört. Sie ist eine gute Hexe, die Beste ihres Jahrgangs, mit Harry Potter befreundet, und dazu noch liebt sie unseren Sohn, und er sie! Narcissa blickte in Lucius eben noch unverändert wütendes Gesicht. Narcissa, sie ist ein Schlammblut, und dass sie unseren Sohn liebt, ändert nichts daran. Sie ist wahr und bleibt unrein. Ich werde sie Draco schon austreiben, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wann begreifst du es endlich? Es gibt kein unrein und rein! Es ist genauso eine Hexe wie ich und hat magische Fähigkeiten wie du! Lucius antwortete nichts mehr und starrte Narcissa nur weiter an, als wäre sie der Engel und er der Teufel. Dabei musste man bedenken, dass zwischen Engel und Teufel ewiger Hass herrschte. Wie sieht es denn hier überhaupt schon wieder aus? Was macht der gute Wein auf dem Boden? fragte Narcissa, die kühle Stille brechend. Ihre Stimme war schon etwas weniger wütend, als sie die Lache aus Wein, die genauso gut hätte aus Blut bestehen können, sah. Sie ließ sie mit einem kleinen Wink ihres Zauberstabs verschwinden und verließ ohne ein weiteres Wort das Zimmer. Trotz der geschlossenen Tür konnte sie die gemurmelten Worte ihres Mannes noch hören. Wenn ich sie auch nur ein einziges Mal zusammen erwische, werden beide nicht mit einem blauen Auge davon kommen. Nachdem Draco Hermine mehr oder weniger erzählt hatte, was im Malfoy-Mann nur passiert war, legte er seinen Kopf auf die Armlehne des Sofas und streckte seine Beine auf dem Rest des Sofas aus, so dass Hermine kaum noch Platz hatte. Während sie versuchte, sich gemütlich hinzusetzen, griff Draco nach ihrem Arm und zog sie auf seinen Bauch. Vor Schreck schrie sie kurz auf, verfiel dann aber in ein leises Lachen. Sie bettete ihren Kopf auf seine Brust und lauschte seinem regelmäßigen Herzschlag. Draco spielte mit einer ihrer Locken. Es herrschte angenehme Stille, bis Draco leise flüsterte. Ich habe Angst. Was passiert, wenn ich morgen fahre? Wenn ich einmal zu Hause bin, lässt er mich dann wieder zurück nach Hogwarts, zu dir? Was ist, wenn wir uns nie wiedersehen? Seine Stimme wurde immer leiser. Wieso sollte er dich nicht mehr zurücklassen? Wie würde das denn rüberkommen? Ein Malfoy ohne Schulabschluss? Versuchte sie ihm, die Angst zu nehmen. Ja, schon, aber es gibt noch mehrere Schulen für Zauberei aus Hogwarts. So leicht ließ er sich nicht beruhigen. Da muss ich dir recht geben, aber mitten im Schuljahr wechseln? Du könntest natürlich auch einfach in den Ferien hierbleiben. Ich glaube, das mache ich auch, zumindest für die erste Woche. Ich hoffe, dass sich mein Vater bis dahin wieder beruhigt hat. Das hoffe ich für dich, aber ich bin auch froh, dass du hierbleibst. Hermine kuschelte sich noch enger an ihm. Okay, ich bleibe erst mal eine Woche hier und dann... Darüber mache ich mir dann später Gedanken. Denn jetzt haben wir erst mal etwas anderes vor. Danke, danke. Vielen Dank. Vielen Dank.